Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Whitelands. Huuu! Granate fliegt! Da! Granada! Toll. Genau. Super Idee, gell? Wenn die Feinde sind. Ah, stimmt. Ja, das sind Feinde. Mhm. Du hättest doch Hallo sagen können, aber gut. Ich hab Hallo gesagt, indem ich Ihnen eine Kugel zwischen die Augen verpasst habe. Okay, gut. Passt, dann haben wir das erledigt. Ähm, was machen wir jetzt? Da ist unten ein Schlüsselsymbol. Was? Auf der Karte, Minimab, ist ein Schlüsselsymbol. Oder? Ist das nicht ein Schlüssel? Ja, das ist ein Auto. Achso, das ist auch so ein Schlüssel. Gut, was machen wir? Aha. Zum I, dann zum Hubschrauber, da gibt es eh noch einiges. Okay, passt. Huch, was ist denn das? Achso. Aha. Der Tango ist hin. Alter, wo sind die? Wir haben hier überhaupt nichts aufgeklärt. Nein. Haben wir nicht. Ja, wir machen das schon so. Genau. Das geht schon. Lass mich, ich kann das. Einer nach den anderen. Machst du auch was? Ja, ja. Okay. Ich frag mal. Ich mach auch was. Oh Gott. So, die Fähigkeitspunkte entdeckt. Geil. Die machen wir aber nicht alle. Hm? Was, da sind noch mehr? Was, ich bin grad, äh, Sniper. Sniper-Turm. Oder was das auch immer ist. Sind denn alle? Hm. Wo ist der? Ich seh ihn. Aber du schließt grad drauf. Ja, aber ich treffe nicht. Ich seh ihn nicht wirklich. Ja, ich seh ihn. Ah, okay. Haben. Der Tango ist hin. Mann. Ich glaub, das ist nachtig. Okay, bei mir oben ist eh ein Hubschrauber. Also, das ist, da kann man schon mal fliehen. Alter, ich bin schwer verletzt. Ich bin der Pilot. Gut, mir geht's wieder gut. Sind hier unten noch welche? Äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich hol noch kurz die Infos und dann hauen wir ab. Oh, da ist noch jemand. Okay, der sollte tot sein. Wenn du das überlebt hast, der hat das überlebt. Nein, warte. Tot? Ja, tot. Perfekt. Tango tot. Sehr schön. Oh mein Gott, du hast Tango getötet. Nein. Oh mein Gott. Ich will dir gerne ausprobieren, was diese Spitze hat. Der Helikopter hat eine Spitze. Damit kann man sicherlich Leute aufstechen, oder? Hörst du das jetzt auch? Ja. Okay. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Ihr ausgeht hervor, dass ihn El Emisarius Assistent hat. Bitte um Abholung. Jupp. Achtung, ich komme. Servus. Na. Einsteigen, jetzt. Aber kurz. Okay, geht nicht. Ah, hallo. Jetzt. Passt. Jetzt hier rüber. Ja. Dann mal wieder einen Mörser verteidigen. Also den links verteidigen. Ah, perfekt. Ob das so klug ist in der Nacht? Nein. Ja. 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 Na ja, na ja, gut. Passt. Ah ja, genau, auf die Dächer wieder, genau. Gute Idee. Ich habe meine Position. Okay, warte kurz, dann mache ich... Aber wo, oder warte, äh, schauen wir mal, ob ich... Da lass mich zählen wo ausführen. Ich habe einen besseren Punkt. Ich habe einen besseren Punkt. Ja, dann lass... Ich bleib hier. Bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Gut, dann gehe ich da aufs... Gegenüber aufs Range in der Haus, weil das ist höher. Fürs Snipern. Kommt man... Guckt man dann... Ja, wo ist es denn da? Passt. Du bleibst hier, dann gehe ich da hin. Kann ich überhaupt langen? Achso, ja, du bleibst hier. Soll ich dich irgendwo hinbringen? Noch? Ich denke mir gerade, wo es am besten ist, aber irgendwie... Wenn du wohin willst, auf dem Dach oder so, ich bring dich dort hin. Wenn es dort nicht hochgeht. Das geht eigentlich. Oh, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, jetzt muss ich so oder so runter. Ähm... Ja, ich muss auch nochmal runter. Ich muss auch runter, aber da kommt man ja nur mit Heli rauf. Wurz muss ich mitnehmen. So, äh... Nein, nicht den Knopf. Du hast den Heli kaputt gemacht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Hä? Nein, wie denn? Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja. Ups. Wollte ich nicht. Toll. Eigentlich wollte ich was anderes. Wir haben da hinten dann eh noch einen Heli. Ich werfe hier ein paar C4s hin. Ah, genau. Nein, nicht so nah, gell? Weil das darf nicht beschädigt werden. Echt? Äh, ja. Oh, okay. Moment dann. Gute Idee, ja. Für Notfall. Pag ich hier... Warte. Pag ich hier ein C4 hin? Weil die stehen ja auch nicht direkt davor. Die schießen ja von da hinten. Ist eh nicht im Radius. Dann hier in ein C4 hin. Was? Das ist auch nicht alles. Sag mir nicht, Kant. Ja, ich hole nochmal ein C4. Ich habe ja unendlich hier. Ja, so viel kannst du aber auch nicht platzieren, soweit ich weiß. Ah, verstehe ich. Wäre sonst zu schön. Ähm, ja. Jetzt ist der Heli ganz kaputt. Haha, ja. Warte, ich muss nochmal platzieren. Ich wollte den Heli nur hierhin geben als Abschreckung. Ja. Der explodiert gleich, oder? Ja. Der explodiert. Okay. Sorry. Wollte ich nicht. So, hier nochmal C4. Gut. Ich bin bereit. Achso. Äh, wo gehe ich hin zum Snapern? Ich schaue mal, ob ich dann nach oben hin kann. Und von dort oben irgendwas machen kann. Ja, von hier oben kann ich schießen. Passt. Kann ich? Ja. Na dann los. Ja, ja, ich helfe ihnen schon. Keine Sorge. Im Notfall drücke ich. Also, pass auf, dass du nicht der Herr dort bist, wo die Schwenkörper sind. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß wo, ja, aber ich sehe gerade die Feinde nicht. Ich sehe, sie kommen. Tango ist gut. Sie kommen, ich komme mich um oben, ja, um den oberen Weg. Du kommst dich um die Straßenseite? Ja. Gut. Also, ich schaue von den oberen Weg, ob die da kommen. Ja, ja, ich schaue, dass von der Straßenseite niemand kommt. Passt. Von der Straßenseite sieht zwar Gegner, rot, aber... Wo lang eigentlich? Wie lang? Oha. Okay, unsere kommen auch schon. Hallo? Hallo. Was ist? Hörst du mich? Ja. Ja, jetzt. Da war kurzer Sound und sah alles weg. Du schaust auf der Straßenseite. Ich bin... Ich schaue von anderen Seite. Ja, aber ich bin doch so gut wie tot, Mann. Ist jemand bei dir? Oh Gott, ich bin tot. Bin tot, bin tot. Shit, ich will auch gleich. Hallo, warum nimmst du nicht die Waffe, ich bin auch tot. Er hat ständig die Sniper genommen und ich hab sie gewechselt. Ja, mich hat das jetzt auch verwirrt, dass da jetzt auf einmal der Sound weg war und ich hab keine Ahnung. Nur Probleme, wirklich, nur Probleme. Tja. Ja, 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 ja. So, ob das Spiel nicht zu schwer genug ist. Ja, ja. Ja, das fahrs ich vor wie du hast, mit dir wieder zu uns. Jetzt sieht das aus, wenn du am besten so in einem Anforderungen passt. Okay, werd ich machen. Helikopter! So In der Nacht ist es auch ein bisschen schwierig Ja, war aber dein Idee Ja, was hätte man denn machen sollen So, bin wieder da Gut, ich mach wieder kurz C4 Oh mein Gott, Fliegeralarm Wir sind schon unterwegs Mach dich bereit, Quiffy Cover Sie kommen Ich höre schon, die Sirenen Passt, und ich gehe wieder ins Haus hinein Gut, ich schaue wieder auf die Straßenseite Ja, und ich mach die andere Seite So, ich drück schon, gell? Ich hab nur einen Bahnschuss gekriegt, damit wir wegrennen, die Zivilisten Zivilisten kann ich hier nicht gebrauchen Optische Entdeckung, aha Ich werd gejagt, warum? Ich hab noch nichts gemacht Na, ist ja klar Hä, wo sind die denn? Ach, hier Der Tango ist hin Shit Alles okay? Ja Fahrzeug incoming Hallo, ich kann den nicht Abschuss bestätigt So, das ist auch klar Gleich halt auf einmal erledigt So, geile Position hier Wo ist denn der? Eine Minute noch Es läuft Es geht schon Das geht schon Schau auf den Sender Ja, ich schau die ganze Zeit Echt, weil da sind zwei Ich hab gerade erledigt Ja, da sehe ich es nicht Ich sehe es nur von der anderen Seite Du bist von der anderen Seite Okay So, jetzt reicht es mir aber Hab keine Lust mehr Ah Gott, oh Gott, das sind viele Das sind viele Das sind viele Ja, wir haben es ja schon geschafft Das war's Was? Ich bin tot Headshot So, weniger Weniger Mercer cooldown Huch, steht da jemand? Ja, ich helfe dir schon Ich muss hier nur Okay, komm schon Alles Alles Komm hoch Kamerad Ich würde ja gerne jetzt die C4 töten, aber ich habe Angst, dass das... Haben wir es geschafft? Darf das jetzt wieder zerstört werden? Ja Gut, passt Oh Gott, das schreckt mich nicht so du Du, du, du Kameraden-Dingsbums, du Kameraden-Dingsbums Passt, geschafft Was nun? Okay, alle weg Äh, ein Heli holen Moment Hätt, haben wir einen E in der Nähe Okay, wo? Hätt, haben wir noch nie mehr einen A In der Nähe vom A Aber, hä, okay Na, 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 na Ich hoffe, hier sind keine Feinde Waren wir nicht hier schon mal? Ja Du kannst soweit den Heli holen Während ich dir hier das hole Passt Ja, ich muss jetzt drauf gehen zum Heli Das dauert Achso, der ist so weit weg Nein, der, nein, nicht weit weg, aber der ist oben Der Heli-Plattform Nein, Moment, bin gleich oben Ja Andessen mache ich da schon Medikamentenabwurf Ich hole den Heli, bin gleich da So, ich steige den Heli ein Und fliege zu dir Jojo, ich warte da, weil Ich hätte gern so eine Leuchtrakete oder so Gibt's doch sicher Warte mal Steck, schnell ein Wieso? Weil sie mich sehen Gesehen haben Halt, ich kann nicht Jetzt, geht schon Oha, da sind noch viele Feinde Du, 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 du Ja, ich habe mich vorbeigeschrieben Zack Jetzt wieder unser alter Heli Es regnet ein bisschen, wir haben leider ein paar Turbulenzen Ich schade aber jetzt da, so, Waffe Hey, ich habe einen Trick ausgefunden, wie mein Heli beschleunigt Okay Damit komme ich auf 100 Nein, okay Hä? Der ist noch nie 216 kmh, der, hä? Ich komme auf 230 kmh durch den Trick Sehr cool Das ist für ein Boost Dann komme ich auf 230, ja Und das durchgehend Also bei, 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 bei Objekt Ja, also unter Objekt kannst du ab Stufe 10 äh, Blendgranate und Signalpistole machen, äh, kaufen Ich würde vorschlagen, dass da werde ich dann drauf gehen, oder? Weil ich glaube, Blendgranaten Du bist ja eher der, der ist Genau Blendgranaten werden aber cool irgendwie dann Okay, so Alle Versuche, alle guten Versuche sind Ja Vier Fünfter One more time Passt Das schaffen wir Diesmal Gut Die sind weniger, oder, als normal? Ja So, versuch mal wieder, leise Da sind wir ab, ich bin wieder einen Versuchen wir es wieder leise, oder? Ja Nein, sonst jagen die das Ding ja wieder in die Luft Du hast es in die Luft gejagt Nein, ich meinte, die haben ja letztens das einmal in die Luft gejagt Achso, ja Gut Was muss ich tun? Ja, du kannst dann wieder ein Ding und ich versuche mein Heli zu schnappen Mhm Gut, äh, dann geh Kannst du daher gehen Ich bin da Kannst du, siehst du Nein Siehst du die zwei Siehst du Nummer, okay, keine Nummer mehr Geht nicht Gut, siehst du die, die zwei Welche jetzt? Äh, die, ja Mhm Gut, geht auch nicht Den könntest du, den Einser, schießen ab Jetzt? Ja Gut Siehst du den Einser? Ja Den Einser abschießen, danach den Zweier Und der andere? Den da als letztes Den sehe ich aber nicht Machst du erst den Einser, siehst du den Einser? Ja Gut, den Zweier Wenn es geht gut, dann brauche ich, egal, dann Siehst du den, den Einser? Ja Abschießen Geht nicht Heli im Weg Gut, warte, dann warte, gar nichts mehr machen, ich muss aufladen Wo ist denn jetzt auf einmal so hell? Ah, den Kommandanten könnte ich Meint, ich sehe nichts Ah, zu spät Oh, oh, da sieht vielleicht die Leiche Gut, der, siehst du den da? Nein, gut, du bist ja im Haus Das merkt er nicht einmal, die Leiche Das steht neben der Leiche Siehst du ihn? Den Kommandanten Den Einser Was? Wieso kommt denn der? Danke für die Aufklärung Wer, den Einser? Aber ich habe gesagt, siehst du den? Da war auf einmal einer bei mir Nein, das war ein anderer Ich habe die ganze Zeit gesagt, siehst du den? Siehst du den? Du hast gesagt, ja, ja, ja Also dachte ich, du siehst den Ich rede die ganze Zeit mit dem Kommandanten Wo ist der? Ja, der war schon tot dann Ich habe den dann erledigt Aber dann stand auf einmal Weiß ich nicht, zwei Meter vor mir stand auf einmal Ja, weiß ich, ja Ich habe mir gedacht, du erschießt ihn, weil ich dich gefragt Du kannst ihn erschießen Ich habe ihn auch markiert und alles Ja, 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 wir schaffen das nie Nein Aber schaut cool aus irgendwie gerade Gut Ich glaube, das lassen wir vorerst Ja Gut Fliegen wir in ein neues Gebiet, wenn es hier nichts mehr gibt Ja In ein neues Gebiet Gebiet, Gebiet Hab Geh auf die Story-Mission oben im Norden Ja, geh, geh Ach so, die Story Ja, da musst du mich nochmal einladen Also nochmal auf markieren Ah, okay, geht nicht Ah, warte mal Ähm Naja, egal, ich flieg zu A Ja Hm, wie ist das jetzt? Welcher willst du machen? Das Casino? Ja Passt Zeigen wir, dass Casitas Resort kein sicherer Hafen ist, wie das hier erhautet Jetzt sind wir weiter drin Was? Okay, krass 42, stören Sie die Spieler, du mal Oh Gott Es ist lustig Es ist lustig Es ist lustig Das wären ziemlich lange drei Kilometer Gut, ich mach ja schon schnell Ich hab den Trick Warte, jetzt mach ich den Trick So Es ist 130, normalerweise fliegt er nur 115 Aha Es ist 130, keine Ahnung warum, aber Ja Wir sind gleich da Ah Sind da die Spielautomaten drinnen, oder? Ja, das ist das Casino Ach, das ist ein Casino Oh Gott, das sind viele ferner wahrscheinlich Ja. So, wenn das ein gutes Casino ist, hat sicherlich ein Helikopterlandeplatz für mich. Links sind übrigens auch Freunde von dir, du solltest aufpassen. Ja. Ich weiß, auf dem Dach ist ein Scharfschütze. Wenn du mich in der Nähe vom Dach absetzen würdest, dann könnte ich eine Scharfschützung gleich erledigen. Nähe vom Dach. Oder bleib mal stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Dann könnte ich ihn, ja ich sehe ihn. Ja, kannst du ihn abschießen oder soll ich näher ran? Äh, näher ran ein bisschen. Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Schieß! Hab ich. Warte mal, ich geh aufs Dach. Aufs Dach? Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm Leute. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, zu spät. Du hättest weiter hoch. Du hättest weiter hoch. Du hättest aufs Dach willst du? Ja, aber ich hätte aufs Dach. Achso, du wolltest zu runter springen. Ah, okay. Na gut. Egal. Achso, du bist schon oben? Sag mal das Dach, dass du schon oben bist auf dem Dach. Ja, ich bin schon oben auf dem Dach. Ja, pff, danke. Das muss ich auch wissen, damit ich... Ich brauche Aufklärung. Komm schon. Ich bin tot. Ähm, ja. Reb. Wo bist du? Unten. Du sagst Aufklärung. Ich habe jetzt aufgeklärt, dass hier jemand ist. Hehehe. Der mich auch getötet hat. Egal, dann wissen sie halt, dass wir kommen. Dann ist es, dann machen sie es nicht so einfach. Das sind doch Zivilisten. Oh. Ja, logischerweise, ja. Okay, ich schaue oben. Ob oben irgendwas ist. Gut, ich versuche von oben irgendwie zu schießen. Wenn es geht. Ah, bin tot. Da ist auf einmal jemand auf der Seite auch gewesen. Äh, ja. Ich komme zur Tür. Nachdem ich... Hey, nicht schießen. Gewalt ist keine Lösung. So, ich komme zur Tür. Ja. Du, 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 du. Achtung, wenn du zu mir schaust, auf der rechten Seite im Raum ist immer drin. Den erledige zuerst. Na komm. Junge. Passt. Bitte was? Ah, Gott. Ja. Auf wo kam denn der jetzt her? Weit ich nicht. Ich habe es ab so schnell nicht gesehen. Was ist da immer? Gut. Machen wir noch einmal, weil das lief ja alles völlig aus dem Ruder. Genau. Und jetzt richtig machen. Genau. Wenn ich sage absetzen, dann heißt das ja auch hoch genug und dann spring ich nicht Fallschirm runter. Na, absetzen würde ich nicht landen und du hüpfst runter. Ja. Ich spring jetzt runter. Wir wollten nur zeigen, wie man es nicht macht. Genau. Das ist ja normal. Das macht man so. Genau. Also so macht es nicht. Das immer dauert zum Laden. Ja. Gut, wie ist ja Open World also so mit. Da fährt man nirgendwo an das Ladebildschirme. Okay. So, wo müssen wir denn... Wie wird die sind das entfernt? Wo ist denn das... Wo ist denn das... Achso. Super, jetzt haben wir keinen Hubschrauber. Haha. Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht da. Er ladet noch. Achso, du bist noch gar nicht da. Okay. Ja. Wie gesagt, ich lade noch. Ja, ich habe es nicht verstanden. Jetzt bin ich da. Ja, müssen wir halt so gehen. Warte, ein Vorschlag. Warte, ein Vorschlag. Warte, schau mal kurz. Schau mal kurz. Ich will was bohlen. Da ist das Casino. Da ist das und da ist das. Ist hier zufälligerweise ein Boot? Nein, oder? Vielleicht ist hier... Ist ja hier ein Boot. Da, da. Ich schau mal dorthin. Denner kann man mit dem Boot anreißen. Ich wollte schon immer mal Boot fahren. Ja. Es wird aber angezeigt auf der Karte, wenn ein Boot da ist. Echt? Oh. Ja. Hm. Naja. Halt. Dann geh mal hinten zum Heli. Dann holen wir uns den Heli da hinten. Noch einmal den Heli? Ja. Oder? Oder willst du Fuß? Nein. Heli. Haha. Ab ins Wasser. Yay. Yay. Schwimm. 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 Und ich schwimme. 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 Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimm. Zededededeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedee. Ja. So. Wo haben wir denn da Feinde? Hey. Ich bin dreckig. Ich will grad Wasser. Ich will grad schwimmen. й Ich weiß heiheisco wo sie sind Die sind in der selben Position. Eins. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Passt. Den Link machst du? Ja. Tango getroffen. Oh. Das war ein Unfall. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Das war ein Unfall. Er hat dich erschrocken. Ich mach das. Ich fliege. Ich flieg das Ding. Hm. Hm. Was machst du denn? Hallo? Ja. Haha. Aha. Sind eh unsere. Ja. Hat sie Glück, kann man durch Bäume fliegen. Haha. Was war das? So, lass mich hin zuerst wieder ausschalten. Und dann springst du runter. Und ich spring mit dem Fallschirm dann runter, ja. Lass mich hin zuerst aber ausschalten. Nicht zu nah ran, weil sonst sieht er uns wieder. Stopp, 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 stopp. Stopp, er sieht uns, er sieht uns. Passt. Ich kann nicht, ich kann nicht schießen. Ja, ja, ja. Ich kann nicht so weit runter zielen. Ja. Es war aber knapp. So, stopp, 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 stopp. Passt, passt, passt. Kannst du schon von hier? Nein, jetzt nicht mehr. Oder, ja, stopp, stopp. Erledigt. Tango ist tot. Oh, die sehen uns. Okay, passt. Okay, so, ich spring runter. Muss stehen bleiben. Okay. Tschüss. 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 Halt, ich kann nicht da... Hahahaha. Wau. Kamera entdeckt. Ja, aber nicht wirklich lange. Also irgendwie... Haben die da nichts bemerkt. Ich hab die schnell genug ausgeschaltet. Anscheinend. Huch. Es frisst schon wieder. Okay. Okay, du bist hier schon da, gell? Ja. Alter, wie viele sind denn das? Ich komme nicht mehr weg. Ich helfe dir ja schon. Ich bin tot. Was? Ich bin nicht mehr weggekommen. Nein, es waren von allen Seiten. Ich wusste nicht mehr wohin. Keine Ahnung. Da ist einer bei mir. Achtung. Perfekt. Warte. Der kommt. Wie lange hast du noch? Es kommt einer. Es kommt einer. Nein, von hinten. Von hinten. Shit. Du hast noch Zeit? Ja, ich hab noch Zeit. Wo sind die da? Bei mir ist auch einer wieder. Oder? Nein, du könntest mich wiederbeleben jetzt. Nein, es steht wieder einer da. Vorne beim Bogen. Du hast noch Zeit. 15 Sekunden. Passt. Junge, lass mich doch mal in Ruhe. Wo? 10. Vorne rechts. Ja, ich bin noch als tot. Oh, Mann. Doch. Hä? Wieso bin ich nicht draufgeladen? Hä? Auf einmal ging der so schnell runter. Habe ich während des Flugs irgendwie zugenommen? Oder was ist hier los? Ja. Wieso bin ich so schnell runtergeflogen? Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Das war blöd. Ja. Aber ich würde sagen, wir beenden noch jetzt dann die Folge. Okay. Gut. Tschüss, passt. Tschüss. Gut, wir haben eh Ladebildschirm. Was bringt sich das? Genau. Wie gesagt, danke schön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von Ghost Recon Wildlands. Tschüss. 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 Tschüss.